Das hier, mit Standard, ist aber keine Erotik drin. Das ist wie eine Alte mit einem Wollschlüpfer, verstehst du? Ja, verstehe ich. Da sind aber keine Strapse und kein Dings drin oder so. Okay? Gut. Du hast doch dein Hobby zum Beruf gemacht. Warum kochst du das dann nicht mit Liebe und mit Herz? Vielleicht ist es auf der Strecke geblieben in den letzten anderthalb Jahren. Also, geh mal einkaufen und wenn ich morgen komme, dann zeige ich dir mal, wie ich das kochen würde. Okay.